Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zusammen reden können. Schön, dass ihr hier geblieben seid. Ich heiße Chris Roth und bin für die Qualifikation der Handelsmitarbeiter bei Mercedes-Benz und bei Smart verantwortlich. Und das sind auf der ganzen Welt, Größenordnung, 200.000 bis 280.000 Menschen. Und bei mir geht es normalerweise um Customer Service, also um den After-Sales-Teil. Und ich, wie auch vorhin schon eingedeutet, könnte unheimlich viel über Disruption erzählen. Ich habe Disruption erlebt und wir haben traditionelle Denkweisen komplett auf den Kopf gestellt. Und das, was dann so passiert, das habe ich heute mal so als Geschichte mitgebracht. Ich fände es schön, wenn ich mal so eine 20 Minuten, halbe Stunde euch was erzählen könnte, was wir so erlebt haben. Weil ich stehe hier nicht alleine, sondern ihr müsst euch vorstellen, da ist eine ganze Gruppe mit dabei. Weil das ist eine Geschichte, die wir als Gruppe erlebt haben und die erlebt nicht so einer ganz allein. Ich habe mit dem Wort Best Practice so meine Schwierigkeiten, weil das klingt wie so nach Best. Wir haben gearbeitet und haben eine gute Lösung gefunden. Wir haben dabei viele Erlebnisse gehabt, aber ob das jetzt für euch, für sie Best Practice ist, das kann ich so nicht sagen. Insofern, unsere, meine Denke ist, sucht euch das aus, was euch anregt. Nehmt das mit, denkt darüber nach, aber vielleicht nicht so im Sinne Best Practice, sondern eher als Anregung. Und das ist auch das, wenn mir das gelingt, dass ihr über das Thema Disruption nachdenkt und vielleicht, was wir auch gestern gehört haben vom Herrn Balser, wie wichtig das ist für den Projektmanager, aber auch für den Projektauftraggeber, dann kann man sich mal vorstellen, was bei Disruption so alles passieren kann. Wer kennt den Kodak Case? Der Kodak Case ist ein ganz interessanter Disruptionsfall, weil wer hat die digitale Kamera erfunden? Kodak, Mitarbeiter von Kodak haben die digitale Kamera erfunden. Und die Manager von Kodak, als die gesehen haben, die digitale Kamera würde ja unsere Filmproduktion massiv beeinträchtigen, haben dann gesagt, nee, diese Kamera werden wir nicht auf den Markt bringen, ab in die Schublade, haben die Schublade zugemacht und der Rest von Kodak ist Geschichte. Das heißt, so kann es mit der Disruption dann kommen. Wir haben Disruption erlebt, wir haben traditionelle Denkweisen auf den Kopf gestellt und es hat uns befreit wie von so einem Korsett und hat unsere, auch meine ganz persönliche Entwicklung, massiv beschleunigt und vorangetrieben. Und ich stehe heute hier, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, eigentlich auch als ein ganz anderer, wie ich vielleicht vor zweieinhalb oder drei Jahren hier gestanden hätte. Da hätte ich auch nicht über Disruption erzählt. Aber jetzt erstmal vielleicht der Reihe nach. Was ist eigentlich Disruption? Beim Thema Disruption geht es nicht nur darum, etwas weiterzuentwickeln, sogenannte weiterentwickelte Innovation, sondern es geht darum, etwas Revolutionäres, etwas ganz Neues zu erschaffen. Und auch in Lateinisch, wenn man Disruption mal anschaut, steckt so der Begriff Ruptura drin. Also das heißt Zerreißung, Durchbruch. Also, es geht darum, etwas Bestehendes nicht mehr zu machen. Und warum? Ja, weil man es nicht mehr braucht. Weil es bessere Lösungen gibt. Und wenn da dieser Moment eintritt und du arbeitest da dran, dann stellt sich so auch das Gefühl ein, dass du etwas Großartiges, etwas Tolles geschaffen hast. Das spürst du körperlich. Und du merkst es auch jetzt, genau jetzt. Es ist passiert. Doch, wieso hat man diesen inneren Drang, etwas noch nie Dagewesenes zu schaffen? Obama sagte mal sinngemäß, Veränderung kommt nicht dadurch, dass man darauf wartet, dass ein anderer das macht. Du oder wir sind die Veränderung, auf die wir gewartet haben. Und diese Kraft der Veränderung, die steckt in uns allen hier. Jeder von uns ist fähig, diese Veränderung herbeizuführen. Und ich sage, auch verpflichtet als Führungskraft, das zu tun, und nach dieser Veränderung auch zu suchen. Und bei all diesem Veränderungswillen und vielleicht auch schon Veränderungswahn, gilt für uns immer noch die Aussage von Albert Einstein, der gesagt hat, du musst auch neue Wege gehen, um etwas Neues herauszufinden. Und genau da möchte ich auch darauf abzielen. Und unsere Journey, unseren Weg, den wir da beschritten haben, euch schildern. Traditionelle Geschäftsfelder müssen mit zunehmender Komplexität umgehen. Das ist leicht gesagt. Fakt ist, dass sich die Welt immer schneller dreht und wir uns immer mehr anpassen müssen. Und ich behaupte, die Veränderungsgeschwindigkeit wird nie wieder so langsam sein, wie jetzt in dem Moment. Das heißt, die Innovationen werden uns Konsumenten immer ein oder gar mehrere Schritte voraus sein. Ja, und das kann ich auch in meinem Tätigungsfeld, Betätigungsfeld, After-Sales-Qualifizierung, ganz deutlich so am Lernen, Lehr- und Wissensverhalten ganz deutlich ablesen. Und es wird immer komplexer. Da, wo wir früher gut unterwegs waren, wenn wir Face-to-Face-Trainings gemacht haben, also Präsenztraining, wo man dann anwesend ist und hat wesentliche Key-Botschaften mitgegeben, ja, da ist das heute mit immer jünger werdenden Lernern so, dass die nach Methoden, Formaten fragen, die sie aus ihrem täglichen Leben an anderer Stelle auch schon gewohnt sind. Und da sprechen wir von Liquid Expectations. Was sind Liquid Expectations? Vielleicht mal ein Beispiel. Wenn ein Lerner bei Amazon innerhalb von wenigen Stunden etwas findet, bestellt, geliefert bekommt und erleben kann, ja, der möchte beim Thema Lernen nicht Monate im Voraus auf einen von seinem Vorgesetzten ausgesuchten Kurs gebucht werden, um dann dort Wissen auf Vorrat anzusammeln. Und da hat er auch die Liquid Expectation, so wie er es an anderer Stelle kennt, im richtigen Moment an die richtige Information, an die richtige Fähigkeit dran zu kommen. Und das auch selbstbestimmt. Ja, es war also an der Zeit, dass wir Lerner zentrierter wurden. Um die Geschwindigkeit also zu untermauern, da hat es noch zehn Jahre gebraucht, bis Motorola das mobile Telefon erfunden hat. Das war wegweisend damals. Fast erinnere ich mich noch dran. Tja, jetzt sind wir schon bei Apple. Die haben dann nicht mehr zehn Jahre gebraucht, das ist das 5S. Kann man sagen, das ist heute auch schon im Museum, aber das war damals ein massiver Quantensprung. Die haben bloß noch ein Jahr gebraucht. So, was hat so dieses, was ich gerade geschildert habe, mit uns gemacht? Wir haben es gewagt, das ist jetzt Größenordnung, so anderthalb, ein, dreiviertel Jahre her. Wir haben es gewagt, Freiwillige zu sammeln in unserer Organisation. Haben sie gefragt, kommt er mit? Wir schauen mal, wie es unseren Lernern draußen geht und überlegen uns mal, wie wir da etwas vielleicht ableiten können. Wir sind in einer Gruppe von circa 20 Kolleginnen und Kollegen. In der Ralf hat es vorhin gesagt, das sieht aus wie einer von Berlin. Wir sind in der Tat nach Berlin gegangen. Für uns das Mekka, auch der Erneuerung in Deutschland und haben uns da mit einer externen Agentur zusammengetan, weil wir das auch aus eigener Kraft gar nicht geschafft haben. Und dort sind wir in das Thema Design Thinking eingestiegen. Für uns völlig neu. Design Thinking, was soll das, wie passt das zusammen? Die haben uns geholfen dann, im Prinzip, unseren ersten Sprint zu gestalten. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind ausgeschwärmt in die Handelsbetriebe und haben angefangen da, die Menschen, die Jobs für uns machen, zu interviewen und rauszufinden, wie es denen geht. Haben denen Fragen gestellt. An was denkst du jeden Morgen, wenn du in die Firma fährst? Was beschäftigt dich, wenn du abends nach Hause gehst? Wie informierst du dich? Welche Probleme musst du tagtäglich lösen? Wie fandst du Schule? Die Antwort möchte ich euch jetzt hier ersparen, aber war ziemlich dramatisch, was daraus kam. Und wir haben sie auch gefragt, wie findest du unsere Qualifikation? Und sie haben gesagt, das ist ähnlich wie in der Schule. Und wir haben eben über diesen Research dann gelernt, dass man Bedürfnisse herausfindet, dass man aus diesen Bedürfnissen dann auch entsprechend Personas bildet. Und diese Personas waren dann Repräsentanten für die Menschen, die für uns arbeiten. Wir haben Customer Journeys gebildet. Wir haben Emotional Journeys gebildet. Wir haben die Pain Points rausgearbeitet und hatten dann unheimlich viel Futter für eine Ideation, also so eine Ideenphase. Und aus der Ideation kamen dann sehr schnell innerhalb von wenigen Stunden Prototypen raus. Und dann waren wir schon bald wieder unterwegs bei den Händlern und haben diese sogenannten Prototypen vertestet und haben schon die nächste Iterationsschleife gemacht. Wenn ich euch jetzt Bilder zeigen würde, ich bin jetzt nicht dabei, weil die Menschen nicht so unbedingt in die Öffentlichkeit getragen werden müssen. Aber am Anfang standen sie in der Agentur, haben wir Bilder gemacht, so ein bisschen Kopfgenick eingezogen, verschränkte Arme, ganz viele Stirnrunzeln. Was ist das denn? Plötzlich ein großer Raum, farbenfroh. Wir waren es gewohnt, eher in etwas abgeschlossenen Räumen dann auch zu arbeiten. Und ein bisschen skeptisch, was erzählt er uns da? Es ging aber keine 24 Stunden und die Bilder haben was anderes gezeigt. Lachende Menschen, die einen Riesenspaß miteinander gehabt haben. Und alles im Mittelpunkt war der Lerner. Früher haben wir gesagt, das sind Teilnehmer beim Training. Dann haben wir gemerkt, nein, das sind keine Teilnehmer. Das sind Lerner, das sind Lernerinnen, das sind Helden und Heldinnen des Alltags, die für uns arbeiten. Und wir wären nie erfolgreich ohne Sie. Tja, dabei war diese Dienstreise für die meisten Beteiligten ein Aufbruch geworden. Auch in ein neues berufliches Kapitel. Die meisten, die da mitgearbeitet haben, die damals Aktiven, sage ich mal, haben heute neue Betätigungsfelder gefunden. Weil Sie arbeiten jetzt so, wie Sie sich es vorstellen, dass man arbeitet. Auch ich selber habe mich massiv verändert. Als Führungskraftführer, ja eher so mit Ansagen, Delegieren, Meeting 1, Meeting 2, Meeting 3 unterwegs gewesen. Und heute eher mal schon Raum geben, machen lassen, auch Failures zulassen. Vielleicht, falls es euch interessiert, aber ich erzähle es vielleicht trotzdem, mein Büro hat sich verändert. Ich hatte ein Büro, so wie es üblich war, großer Schreibtisch, Konferenztisch, Vorzimmer, zwei Türen übers Vorzimmer. Die war offen, die andere war zugeschlossen. Die war ja nur für die Flucht, wenn es brennt. Ja, und eines Tages kam ich in mein Büro und habe gesagt, hier kann ich nicht mehr arbeiten. Die Energie stimmt nicht. Und eigentlich muss ich da sein, wo die Menschen arbeiten, wo unsere Lärmer auch unterwegs sind oder wo meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und ich habe das Büro ausgeräumt, alles rausgeschmissen, alles komplett raus. Tisch raus, Stühle raus, Konferenztisch raus, beide Türen aufgemacht, die stehen jetzt mittlerweile auch offen. Und was ist jetzt drin? Da ist eine Couch drin. Eine Couch, Sessel, logischerweise ein Hochtisch, wenn man mal gemeinsam was besprechen will. Ein großer Bildschirm, weil wir doch relativ oft weltweit zusammengeschaltet sind über Skype-Sessions. Und was ist mit dem Büro passiert? Jetzt, wo ich hier bin, ich durfte gestern, bin auch heute hier, ja, der Raum wird genutzt. Jeder, der den Raum braucht, nutzt diesen Raum. Nicht mehr mein Büro, ist unser Raum. Und das ist eine massive Veränderung, auch für das Umfeld, wenn ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr euch das vorstellt, wo ich herkomme. So, es war also an der Zeit, so die herkömmlichen Muster zu durchbrechen, hier auch mal symbolisiert, und etwas ganz Neues zu schaffen. Und in der Folge des Researches, der Ideen, und etwas Neues schaffen zu wollen, kamen wir auf eine digitale Lernplattform. eine Lernplattform, als Idee, dabei ist es, Training als einen Living Service zu sehen. Und beim Living Service stellen wir den Lerner in den Mittelpunkt, sehen sie als unsere Heldinnen und Helden an, arbeiten für sie, und dieser Service verknüpft dann für sie einmal den Lerner mit dem Lerninvestor und dem Content Provider. Ein ähnliches Prinzip nutzt auch Amazon auf seinem Marketplace. Und was dann dann passiert ist, dass sich dieser Service weiterentwickelt mit der Entwicklung des Lerners. Also der Service ist Wochen später, gibt mehr andere Informationen als noch heute, weil ich mich ja weiterentwickelt habe. Und die Zukunft des Lernens liegt aus unserer, aus meiner Sicht, im spielerischen, explorierenden Lernen. und die Lernneigungen, weil wir sind alle hier sehr unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Lernneigungen. Und diese Lernneigungen müssen dabei berücksichtigt werden. Und der Content, der wird entsprechend zugespielt, je nachdem individuell, wie ich ihn brauche. Wir wissen, dass wir die höchste Nachhaltigkeit durch das Lösen von neuen und unbekannten Herausforderungen erzielen. Und da ist so die Methode Trial and Error, wenn ich mich richtig erinnere, ist das letzte Gebäude nach Trial and Error gebaut worden, der Köhler Dom gewesen. Aber diese Methode ist so frisch wie kaum zuvor. Weil dieses Ausprobieren, das bringt nachhaltigen Lernerfolg. Und wir wissen aber auch, dass die Merkfähigkeit sich massiv erhöht, wenn der ganze Körper in das Lernen mit einbezogen wird. Und das heißt, alle Sinne angesprochen werden. Und das ist nochmal aus meiner Sicht sehr entscheidend, wenn wer jetzt glaubt, dass über so einen digitalen Service der Content ausschließlich digital wird, da glaube ich nicht dran. Wir werden, um diese Sinne immer wieder anzusprechen, alles beanspruchen müssen. Das heißt, das, was wir so als Präsenztraining auch kennen, mit entsprechender Interaktion mit anderen Menschen, das wird es auch in der Zukunft geben. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Nur wann das für den jeweiligen oder die jeweilige, der richtige Zeitpunkt für sowas ist, das kannst du über so eine digitale Plattform dann mit bestimmen, analysieren und auch dann vorschlagen. Ja, wir wollten alle anzünden, weil wir auch entsprechend begeistert waren von dem, was wir da rausgefunden haben. Und in der Tat, wir haben ein riesen Feuer entfacht. Die Idee, Training als Living Service zu sehen, war in unserem Umfeld eine absolute Revolution, was ganz Neues. Das kannte man nicht. Das war auch noch ein Tick vor dem Moment, als LinkedIn mit genau solchen Überlegungen auf den Markt gekommen ist. Also wir hatten da auch Research gemacht und haben dann von LinkedIn rausgefunden, dass die das machen wollten in den Bälde, weil mittlerweile ist das auch bekannt. Und diese Revolution wird maßgeblich dadurch bestimmt, dass eben dieser Algorithmus, die Menschen besser verstehen zu können, deren Profile individuell besser verstehen zu können und ihnen dann Qualifikationen digital und auch physisch anzubieten, die eben diese Skills entwickeln, sodass das entsprechend für ihre Aufgabe gut passt oder wenn sie sagen, ich möchte mal eine andere machen, dass sie dann auch relativ einfach erfahren können, was muss ich denn noch in Qualifikationen haben, um dann den anderen Job gut zu machen und dieser Algorithmus wird das entscheidende und das ist natürlich eine Disruption für jemand wie wir, der Content Provider ist, weil der Algorithmus ist dann die treibende Kraft, weil der muss permanent weiterentwickelt werden. Content kannst du dich dann entscheiden, machst du ihn selber, je nach Geheimhaltungsstufe oder kaufst du ihn dazu und lässt es jemand anders machen und das hatte natürlich Auswirkungen auf uns als Content Provider. Ja, wir haben neben dem Feuer auch wahnsinnig viel Rauch produziert und auch Dunstwolken. Zum einen haben wir es nicht geschafft, alle Kollegen gleichermaßen mitzunehmen. Das war eine Gruppe, die da unterwegs war, die war begeistert, bei denen ist die Geschwindigkeit und ich sage es mal, die Temperatur immer höher geworden, während die drumherum, die haben sich eher so erschreckt und sind schon fast einen Schritt zurückgegangen und gesagt, Gott im Himmel, was passiert da, was hat das mit uns zu tun und haben stärker den bedrohlichen Charakter wahrgenommen. Und wir haben auch von der Gruppe der ersten Stunde sind nicht alle bis zum Schluss dabei gewesen, weil die Geschwindigkeit und die Intensität so hoch geworden ist, dass da auch nicht jeder mehr entsprechend folgen konnte. Und das hat auch zu einer ganz ordentlichen Unruhe in der Organisation geführt und auch entsprechend zu Reaktionen. Und das sind dann, ich sage jetzt mal, der Moment, den ich mir vorstelle, wie es vielleicht auch mal bei Kodak gewesen ist, als die digitale Kamera aufgekommen ist und man die Tragweite verstanden hat, was da passieren könnte. Für mich war ein Key Learning dabei, jetzt so aus der Arbeit heraus in der Gruppe, lass jeden so, wie er oder sie ist, versuche die Menschen nicht auf deine Seite zu ziehen, sondern akzeptiere die verschiedenen Meinungen. Und wir hatten auch das Glück in der Gruppe, dass wir so divers und dann auch wieder verschiedenartig waren, dass wir eben ganz viele Meinungen, Expertisen gehabt hatten und die konnten wir alle über die Strecke hin zum jeweiligen Zeitpunkt abrufen und auch gut verwenden. Und da, wie vorhin gesagt, sind auch die Klebezettel wahnsinnig hilfreich, weil du jeden aus der Gruppe immer sprechen lassen kannst und du kannst dann die entsprechenden Gruppierungen machen, dass es dann eine gemeinsame Gruppenmeinung wird. Und das Selbstwertgefühl der Leute steigert sich auf die Art und Weise exponentiell. Und auch dieser Wille, ich will hier für den Lerner erfolgreich sein. Immer Lerner im Fokus. Der steigt auch exponentiell. Weiters, was ich als sehr, sehr notwendig empfinde, ist Flexibilität. Ich selber habe für mich erkannt, dass ich viel gelassener und auch anpassungsfähiger werden muss. Man sieht es hier, die deutsche Eiche versus der Bambus. Im Interview habe ich noch vom Fels gesprochen, der umspült wird. Fels war ich sicherlich noch nie, aber am Anfang hat es auch ordentlich gekracht und es hat auch damit zu tun gehabt, dass wir zu stark gewesen sind. und dort, wo ich früher selber entschieden hätte, delegiert hätte oder vielleicht dann auch mal selber gemacht, im Sinne von, das muss jetzt mal ich machen, lasse ich heute Dinge seinen Lauf, lasse es passieren, für mich sehr wichtig, auch scheitern lassen, geschehen lassen oder manchmal das eine oder andere auslaufen lassen. Und das gepaart mit Verbindlichkeit. Weil auf die Art und Weise zu arbeiten, ich nenne das jetzt mal agil angepasst an das, was gerade so passiert, heißt im gleichen Atemzug extrem strukturiert und diszipliniert unterwegs zu sein. Tja, was war jetzt falsch und was war richtig? Richtig war die Service-Idee. Die ist mittlerweile bei allen, die sich mit Qualifikationen beschäftigen, bekannt und wird beispielsweise in dieser Minute auch wichtigen Stakeholdern wichtigen Lerninvestoren weltweit auch gerade vorgestellt, sodass unsere wichtigsten Händler damit in Kontakt kommen. Die Idee hat überlebt. Und es war überhaupt nicht die Frage von Budget, weil da gab es ja keins, also nicht viel. Wenn man rein über das Budget gedacht hätte, wäre das so nicht gekommen. Das wurde getragen, weil die Motivation und Leidenschaft der Menschen ansteckend war und das hat am Schluss dann überzeugt und das hat es erhalten. Und die gibt jetzt auch Ansporn auch für eine grundlegende Veränderung unserer Organisation. Weil das, was wir als Disruption haben, wird dann auch ein ganz kraftvoller Change-Prozess werden. Richtig war auch, eine schnelle Abfolge von Erfolg, Success und Scheitern, Failure zu haben. Und ich denke auch, das Thema Scheitern, Failure, ist ein ganz wesentliches. Kann auch jeder mal in sich gehen, wann bin ich das letzte Mal gescheitert? Und was hat das für mich bedeutet? Was habe ich daraus gelernt? Und es sollte mehr rauskommen, als das, was man als Kind so hat. Ich habe auf die Herdplatte gefasst, ich fasse halt nicht mehr auf die Herdplatte. Wichtig ist, sich an der Stelle dann damit zu reflektieren. Wir haben es geschafft, das war auch richtig, eine angstfreie Kommunikation herzustellen. Die war völlig hierarchiefrei. Jeder sagt, was er denkt und wann er es denkt. Und es war richtig, dass wir an Stöße gemacht haben für persönliche Entwicklung. Ich nenne das mal eine Learning Culture oder Growth Culture. Eine Culture, eine Kultur, die in den Mittelpunkt den Mensch stellt. Zum einen nicht nur den Lernern, für den wir arbeiten, sondern zum anderen auch wir selber. Und unsere Entwicklung ist wesentliches Element dieser Growth Culture. Was war falsch? Wenn man so sagen darf, aus heutiger Sicht, ich, wir haben uns zu sehr auf das Neue konzentriert. Und wir waren dann fasziniert von dann wieder so einer Produktidee, Service und haben versucht, das mit aller Macht zu entwickeln und haben nicht genug von links nach rechts geguckt, was da in den Randbereichen passiert. Und da hat die Hitze, die wir in unserem Projekt hatten, eher den Menschen geschadet, sodass die zurückgegangen sind. Und das würden wir heute so nicht mehr machen. Und wir haben auch daraus gelernt, dass nach der schnell entstandenen Idee wir auch eine kraftvolle strategische Weiterentwicklung der Kultur brauchen, der Organisation brauchen und dann logischerweise auch des Services, sonst sind es ja keine Living Services. Und was wir uns damit eingehandelt haben, war zu dem Zeitpunkt auch eine ganz hohe Unzufriedenheit, ich nenne das jetzt mal, ich meine das auch ganz liebevoll, in der Lernfabrik. Weil wir haben eine Fabrik, die über Jahre hinweg entstanden ist, die auch super gut funktioniert, die aber Tayloristisch logischerweise aufgebaut ist. Das heißt, alle Prozessschritte sind klar definiert und auf die Art und Weise auch kostenoptimiert. Und in so einer Lernfabrik plötzlich mit so einer Disruption aufzutauchen, heißt, plötzlich anders produzieren auch dann zu müssen. Und diese Unzufriedenheit, die haben wir unterschätzt. Was wären aus meiner Sicht ein paar Takeaways, über die, wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, nehmen Sie sie mit oder denken darüber nach. Eine ist, Ideen überleben, weil die Menschen dran glauben. Unabhängig von Budget. und auch ein Gutstück unabhängig von Hierarchie, wenn es genug Menschen sind, die davon infiziert sind. Eine weitere Erkenntnis, Takeaway, meine persönliche Entwicklung ist ein ganz wesentliches Element dabei. Ich gehe meinen Weg und den mit Weitblick und Gelassenheit und das Thema den anderen gefallen wollen, was man manchmal schon mit in der Wiege hat und auch zwischen uns und unseren Eltern sich dann auch entwickelt, das ist da eher hinderlich. Ich gehe meinen Weg. Und ich bin überzeugt, wir müssen das System ändern. Und das gilt nicht nur für unser System, sondern das gilt auch für viele andere Systeme, die es in der Industrie gibt, weil wir werden immer mehr durch disruptive Ideen herausgefordert oder an der anderen Stelle bedroht. Und ich glaube, es ist wichtig, nach unserer Disruption zu suchen, weil es hat mal einer gesagt, wenn du sie nicht findest, dann findet sie ein anderer. Und das ist nicht von mir, sondern das ist vom Markzuckerberg. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt und würde jetzt gerne so ein bisschen Raum lassen auch, wir haben nur so zehn Minuten für Fragen, wo ich vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen kann, damit wir in Interaktion miteinander kommen können. Dankeschön. Sie haben eine Linie eine Linie und das, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist die Linie. Wir haben da in der Linie einen kraftvollen Veränderungsprozess aufgesetzt. Ich weiß nicht, wer es kennt, ein U-Prozess von Otto Schamer, kommt auch aus der Richtung Silicon Valley, wo man sich auf eine gemeinsame Reise begibt und dann auch über die Zeit hinweg mit Prototypen Veränderungen dann im Prinzip anleitet in der Kultur, in der Organisation und dann auch in Projekte und Services. Und das funktioniert ganz gut, aber ist eine harzige Geschichte. Das dauert zwei bis drei Jahre, sollte man so einen zwei bis drei Jahres Plan haben, ganz klares Ziel, eine ganz klare Vision und dann die entsprechend verfolgen. Und dann können Sie auch die Kollegen dann mitnehmen. Aber die Erkenntnis brauchst du halt dann erstmal. Da gibt es ein Mikro. Herzlichen Dank. Was mich interessieren würde, ist diese Runde von 20 Personen, die ihr da jetzt irgendwie dann euch gefunden habt. Wie ist das entstanden und ich sage mal ohne Budget und so weiter? Also ich sage mal, dass das überhaupt ins Laufen kommt. Ich finde es immer total spannend, solche Prozesse mal zu beleuchten. Das ist eine gute Frage. Wir haben Freiwillige gesucht. Also wir haben es den Menschen, wir haben gesagt, was wir davor haben, haben natürlich nicht gesagt, wir suchen jetzt nach einer Disruption, weil das haben wir ja selber nicht gewusst, dass wir auf eine Disruption kommen, sondern auf dem Weg dann gemerkt, was Disruption auch dann gut stück bedeutet. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach unser Portfolio anschauen, was wir an Qualifizierung den Menschen anbieten und wollen effizienter und effektiver werden. Also kostengünstiger und punktgenauer das hinkriegen. Das war so das Briefing und wir wollen es mal anders machen, weil wir nach Einstein, wie vorhin gesagt, immer wieder das Gleiche von der Art und Weise zu bearbeiten, da wird auch das Gleiche wieder rauskommen, also lass es uns mal wieder anders machen. Und das kannst du, wenn du in so eine Design-Thinking-Sprint-Strecke reingehst, das kriegst du nicht für eine Null Euro, aber im Verhältnis zu dem, was Amazon in so eine digitale Plattform hineinsteckt, war das nicht nennenswert. Und so geht das dann und dann kommen sehr schnell Ergebnisse dabei raus und was dann wesentlich ist, sind diese Stage-Gates, wie wir sie auch nennen. Du präsentierst etwas, das geht dann so, ich sage jetzt mal acht Wochen oder zehn Wochen und dann diskutierst du das mit dem Top-Management, kriegst du wieder das Go-ahead oder es kann dir auch der Kill kommen und dann machst du wieder acht bis zehn Wochen weiter. Das ist die Logik der Sprints, die kennt sicherlich der ein oder andere. Und das ist immer halt so reingerutscht, wenn man mal so will. Ist das eine Antwort, mit der du was anfangen kannst? Ja, kein Mikrofon, ich suche ein Telefon. Was ich total spannend finde, ist, okay, es ist in den Wald reingerufen, wer hat Lust, da mitzumachen. Und dann, okay, jetzt haben sich ein paar gemeldet und jetzt suchen wir mal, wie können wir das eigentlich abwarten? Und da seid ihr da drin, die überliegen und Design-Thinking und wie war das? Genau, also einige von uns, da gehöre ich mit dazu, die hatten das Thema Design-Thinking etwas davor entdeckt. Ich sage jetzt mal auch über eine Company in Berlin, vielleicht ein kleiner Schmunzler. Wer kennt die Dark Horses in Berlin? Kennst du das Buch Thank God It's Monday? Was hat dich an dem Buch fasziniert? Was war anders? Und ich zitiere noch mal ein bisschen aus dem Buch, weil das geht so in diese Richtung, was du gerade fragst. Thank God It's Monday. Und die haben in dem Buch frecherweise geschrieben, es gibt die Freitagsgesellschaft und die Montagsgesellschaft. Und worauf freut sich die Freitagsgesellschaft und die Montagsgesellschaft. Und dann haben wir gesagt, sag mal, wir freuen uns immer aufs Wochenende, das stimmt doch was nicht. Wir wollen uns doch am Sonntagabend auf die Woche freuen, dass wir uns wieder mit den Leuten treffen und zusammen arbeiten können. Und so kommt es zu diesem Buch Thank God It's Monday. Es ist gefährlich, das zu lesen, weil da kann es dir passieren, dass du sagst, da gucke ich mal rein. Und so ist es mir passiert, anderen passiert, und dann haben wir gesagt, Design-Thinking, das schauen wir uns genauer an. Und ich habe mich dann auch persönlich weiterentwickelt, weiterqualifiziert in dem Thema Design-Thinking. Ich bin jetzt sicherlich kein Design-Thinking-Master, aber ich weiß, wie man es einsetzen kann im Management und wie man die Leute anregen kann, dann eben auf neue Ideen zu kommen. So in die Richtung ist das dann passiert. Und seither ist so dieses Thema, ich will was Neues rausfinden, die Neugierde nach oben gegangen und wir sind eigentlich permanent in irgendwelchen Chatgroups unterwegs und schicken uns wieder, hey, ich habe hier was erfahren, ich habe da wieder was gehört. So geht es eigentlich. Auch hier, wenn du jemanden triffst, der mit dieser Materie unterwegs ist, tauschen sofort Kontakte aus und hast dir wieder eine Geschichte irgendwo zu erzählen. Also bei uns geht es immer um irgendwelche Geschichten. Da war noch eine Frage, ihr dürft euch gerne in die Augen gucken, ene mene muh und raus bist du. Aber Sie dürfen definitiv auch noch was sagen. Erstmal ein super Vortrag, vielen Dank dafür. Eine Frage zu dem Algorithmus, der sich ständig weiterentwickeln muss, um auch dann, wie hast du es schon gesagt, den Zeitpunkt zu geben, wann gehe ich in ein Präsenztraining, wo es um Interaktion geht, wann nehme ich die digitalen Lernnuggets und Lernhäppchen und so weiter. Kannst du dazu noch ein paar Sätze verlieren? Ja klar. Wenn wir das rausgefunden haben, werden wir das nicht sagen. Weil das ist der heilige Gral. Weil das ist nämlich genau das, wenn du versuchst, wir haben ja auch Lernreisen gemacht, wir waren auch bei Amazon. Amazon zeigt dir das Hochregallager auf und runter, vor und zurück. Du bist begeistert ob da vielen Sachen, die da stehen. Weißt du, wo sie dich nicht reinlassen? Ins Rechenzentrum. Ganz unten, siebter Stock. Weil da ist der Algorithmus vergraben. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches Thema. Wer kennt hier Aladin? Aladin? Kennst du Aladin? Chinesisch oder Aladin? Okay. Wer weiß noch was? Aladin? Chinesisch ist gut, aber es ist auf der anderen Seite der Welt. Es ist in New York. Die Firma heißt BlackRock. Das ist die größte Anlagefirma der Welt. Kein Mensch kennt sie, außer ein paar. Wird auch darüber geschrieben in der Öffentlichkeit, aber man weiß wenig. Die haben fünf Rechenzentren, davon sind drei überhaupt nicht bekannt, wo sie sind. Die haben ein Computerprogramm, das heißt Aladin. Und die haben einen Algorithmus herausgefunden, wie man gute von schlechten Wertpapieren unterscheiden kann. Die sind in der Krise 2008, 2009 sind die rausgekommen. Worum sage ich es? Dieses Thema, künstliche Intelligenz, Algorithmus zu entwickeln, es wird ein absoluter Key Factor sein, solche Entscheidungen treffen zu können. Und genau das ist so der Gedanke hintendran. Das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Wir sind auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, aber wir müssen diese Algorithmen lernen zu entwickeln. Wir werden mit anderen Menschen auch zu tun haben in unserer tagtäglichen Arbeit, die in der Lage sind zu programmieren, zu analysieren, Daten auszuwerten, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, wir fahren mal raus und fragen ein paar Leute. Das ist ja eine wichtige Sache, damit man ein Bauchgefühl für die Menschen bekommt, wie sie da arbeiten. Aber am Schluss, ich habe mir gerade auf die Zeit geguckt, aber es passt noch, sechs Minuten haben wir noch, aber am Schluss kommt es darauf an, dass du auch Daten in größerer Menge sammeln kannst und der Anteil von Dark Data relativ gering wird. Da gibt es ein paar extrem gute Beispiele, Google, Amazon, aber auch die Firma Tesla kann das relativ gut, welche Daten die da sammeln und wie sie sie auswerten können. Und uns interessieren dann die Lernerdaten und die wollen wir entsprechend auswerten. Und jetzt kann man sagen, Datenschutz, Achtung, ja, finde ich gut, Datenschutz finde ich gut, aber wenn mich jemand fragt, Chris, darf ich deine Informationen, ich sage dir mal kurz, was ich da nehme, nutzen, um dir einen guten Vorschlag zu machen, damit du dich weiterentwickeln kannst, dann würde ich sagen, ja, Logo. Aber ich werde dann immer wieder auch informiert, was man von mir sammelt und man macht es nicht irgendwie im Geheimen. Dafür würden wir dann auch von unseren Werten her stehen. Ist das eine Antwort, mit der wir es anfangen können? Perfekt, danke. Danke dir, bitteschön. Das ist nicht ein bisschen, hat das Auswirkungen auf den Rest des Unternehmens Ich wiederhole meine Frage nochmal. Das, was sie da entwickelt hat, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Rest des Unternehmens, Entwicklungsabteilung, Forschung oder so, kommt man da auch auf diese Ideen oder ist es generell nur für die Ideen? Ich gebe da mal eine schnelle, kurze, prägnante Antwort. Ja. Ja. Weil das kann man jetzt ja weiterspinnen. Ich wollte gerade sagen, es wird ja schwierig, wenn sich Abteilungen in einer anderen Art fortbewegen, in einer anderen Geschwindigkeit fortbewegen, entwickeln, als der Rest unserer Dinge. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Das hat Risiken, aber das ist ja eben genau das, was ich sagte, so an den Rändern passiert da auch was und das hat dann damit zu tun, andersrum, du kannst entsprechend, wenn du eine gute Kommunikation miteinander hast, kannst du dich entsprechend austauschen. Also das ist jetzt nicht so ein Herrschaftswissen, wo es man im Silo packt und sagt, Wissen ist Macht, sondern das ist eher so, Design Thinking ist eher das Thema I share. Und I share heißt I care. Und dann versuchst du es gemeinsam weiterzuentwickeln. Das heißt, wir sind längst nicht mehr alleine unterwegs, sondern wir sind auch in Kooperationen mit HR beispielsweise unterwegs. Und auch Menschen, die in unseren Werken unterwegs sind, die jetzt in der Berufsausbildung sind, die sind auch schon ein gutes Stück im Fokus. Und die Laura, die jetzt gerade den Vortrag parallel hält, schade, wir hätten uns gern gegenseitig zugehört, die von 3.3 ist, ihr habt es vorhin gehört, aber die hat auch gesagt, boah, wir sind dabei, Menschen von den Skills auszusortieren, um dann im Prinzip ins Recruiting zu bringen. Da sage ich, ja, du kannst aber hier mit Qualifikationen so viel Information sammeln, dass du eine Disruption ins Recruiting bringen kannst. Weil wir sind dann über Plattformen miteinander verbunden. Und wenn ich einen Job habe, dann kann ich ihnen den anbieten, dann brauche ich keinen Recruiter mehr zwischendrin. Und so können wir dann direkt zusammenkommen. Da steckt viel, viel dahinter. Wenn man es ganz groß denken würde. Ist das eine Antwort? Ja, schönen Dank. Ich habe noch vier Minuten. Das freue ich mich. Damit jeder es verstehen kann. Nochmal anknüpfend an den Vorredner. Ich glaube, alles verstanden. Wow. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Die Endausbaustufe wäre dann, ein Kollege wählt aus festen Beiträgen, Präsenzveranstaltungen und Veranstaltungen, die er irgendwo im Netz, im Intranet findet. So verstehe ich es. Wären die dann auch, ist hier plant, die dann auch selber zu produzieren? Wo kommen diese Beiträge her, die dann online verfügbar sind? Die kannst du ja theoretisch selber machen oder kannst du ja machen lassen. Je nachdem, wie deine Expertise auch so ist. Also, ich glaube, das Lernen wird auch immer mehr, ich versuche mal ein bisschen auszuholen, nicht zu weit, das Lernen wird immer mehr so in, auch den Arbeitsprozess mit reingehen. Das heißt, du bist in einer Situation, wo du gerade was lösen musst und weißt nicht, wie es geht. Und wenn du dann innerhalb von 60 Sekunden an etwas drankommst, was dir vielleicht drei Minuten später erklärt hat, wie du weitermachen kannst, dann hast du vier Minuten investiert und kannst weiterarbeiten. Und wenn das sehr einfach für dich individuell machbar ist, so im Fingerschnippen innerhalb dieser Minute, dann bist du gut unterwegs. Und daraus könnte man dann auch wieder lernen, was du für tägliche Probleme löst und könnte dich dann präventiv nach vorne schauen, und ich muss ja immer so Expectation Management machen. Angenommen, wir würden jetzt Ersatzteile vertreiben, nur mal als Beispiel. Da wäre es doch total genial, wenn wir wüssten, was die nächsten drei Wochen gebraucht wird, damit wir sie gerade produzieren können. Übertrag das mal auf das Thema Lernen. Angenommen, ich wüsste, was du die nächsten drei, vier Wochen brauchst, ich könnte das schon produzieren lassen, das ist jetzt Vision. Und es wird dir dann entsprechend zugespielt. Aber du und dein Kollege, ihr macht den gleichen Job, aber ihr sind unterschiedlich, also kriegt das unterschiedlich zugespielt. Und wenn der, der dir das zuspielt, noch eine Freundschaft mit der Alexa hätte, Klammer auf, künstliche Intelligenz, Klammer zu, nicht, dass wir mit Google da an der Stelle arbeiten wollten, dann wird das ganz spannend. Das ist das, was so die nächsten Jahre bringt. Jetzt könnte man denken, Mensch, spinnt der? Das ist doch zehn Jahre, 15 Jahre. Ne, wir reden drei bis fünf Jahre. Künstliche Intelligenz ist schon fast da. Ist das eine Antwort, mit der du was anfangen kannst? Jetzt habe ich nur eine Minute. Und die würde ich jetzt gerne noch nutzen, wenn ihr erlaubt. Ich habe ein paar Fragen für euch zusammengestellt. Ihr könnt doch heute Abend, wenn ihr mal nach Hause fahrt, reflektieren. Die, die hängen bleiben. Erstens, wann bin ich schon mal gescheitert? Gibt es um mich herum, Entscheiderforum, gibt es um mich herum eine angstfreie Kommunikation? Oder andersrum, wie angstfrei ist die Kommunikation? Nächste Frage, wie scheitert mein Umfeld? Die Frage, was haben wir gelernt? Wie ist unser Lernprozess? Wie mutig bin ich? Sind wir? Und ganz am Schluss, wie experimentierfreudig bin ich? Und dann sucht doch mal nach Antworten, die zu euch passen. Herzlichen Dank für euer Zuhören. Applaus